Herzlich willkommen zur heutigen Lektion über Blitze und ihre Wirkung auf den menschlichen Organismus. Mein Name ist Gerhard Diendorfer und ich werde in dem ersten Teil dieser Lektion etwas über die Gewitterbildung, über die Blitztypen, die es gibt, über die Stromkomponenten, die bei Blitzen auftreten, erzählen. Die naturwissenschaftliche Betrachtung von Blitzen hat begonnen ungefähr 1752 mit Benjamin Franklin, der damals erkannt hat, dass Blitze etwas mit Elektrizität zu tun haben. 1752, das war die Zeit, als man erkannt hat oder im Labor schon Elektrisiermaschinen hatte und die ersten Versuche mit Strom und Elektrizität gemacht hat. Man konnte schon Funken produzieren im Labor und Benjamin Franklin hat ihm gesehen, dass der Blitz eine große Form dieses Funken ist und auch mit Strom zu tun hat. Er hat ihm dann dieses berühmte Drachenexperiment vorgeschlagen, das in der Form gemacht wurde, dass man einen Drachen mit einer leitenden Schnur bei Gewitter bei aufgeladener Gewitterwolke steigen lässt, damit ein hohes Potenzial in der Gewitterwolke abgreift und am Boden konnte er dann über eine Isolierstrecke von ein paar Zentimeter einen Funken erzeugen, der genauso war wie die Funken, die man damals im Labor machen konnte und damit war der Nachweis gelungen, dass der Blitz etwas mit Strom, mit Elektrizität zu tun hat. Bevor wir zum Blitz kommen, ein paar Worte zur Gewitterbildung. Welche Gewittertypen gibt es und wie lädt sich eine Gewitterwolke auf? Grundsätzlich braucht ein Gewitter warme, feuchte Luft, die in große Höhen getrieben wird oder aufsteigt und durch diese Dynamik, es kommt es zu Reibungsprozessen in dieser Gewitterwolke und zur elektrischen Aufladung. Der Mechanismus, warum jetzt warme, feuchte Luft in die Höhe gehoben wird, kann vorsichtig werden, einmal beim Wärmegewitter durch Konvektion. Das heißt, die Sonne scheint auf den Boden, der Boden heizt sich auf. Kennen wir alle am Strand, wenn man barfuß geht, wie heiß das werden kann. Diese warme Luft, die am Boden liegt, ist leichter als die umgebende kalte Luft und beginnt aufzusteigen. In größere Höhen, fängt es an auszukondensieren und lädt sich dann dabei auch elektrisch auf. Der zweite Mechanismus, der zum Aufsteigen der Luft führen kann, sind die Frontgewitter. Hier schiebt sich eine Kaltluftmasse, die schwerer ist als die warme Luft, die sozusagen über dem Boden liegt, schiebt sich darunter hinein und hebt sie zwangsweise in die Höhe und auch hier kommt es dann wieder zu den Vorgängen, dass es zur Kondensation kommt, damit zur Quellwolkenbildung, die wir sehen können und zum Aufladen der Gewitterwolke. Die dritte Form, die beobachtet werden kann, sind die orographischen Gewitter. Hier ist es das Gelände, das den Mechanismus in Gang setzt. Warme, feuchte Luftmasse, die im Gelände sozusagen an einen Berg anläuft oder angeschoben wird, muss über den Berg drüber und zwangsweise muss die angehoben werden. Auch dabei kommt es natürlich zur Abkühlung und zur Kondensation und dann letztendlich zur Gewitterbildung. In Realität treten diese Gewitter oft in Kombination auf, hängt auch von den geografischen Breiten ab. Zum Beispiel in den Tropen sind es primär die Wärmegewitter. In unserem Breiten können alle drei Typen von Gewitter auftreten. Zur Aufladung muss man jetzt unterscheiden in der Gewitterwolke zwischen der mikroskopischen Aufladung, das heißt, wieso laden sich kleine Partikel, Wassertröpfchen, Eiskristalle elektrisch auf und dann der makroskopischen Aufladung, warum ist letztendlich dann in einer Gewitterwolke in Entfernungen von einigen Kilometern, dass die positiven Ladungen in der oberen Region der Gewitterwolke sind und die negativen Ladungen in der unteren Region der Gewitterwolke. Die mikroskopische Ladungstrennung ist hier in diesem Bildversuch darzustellen, das heißt, hier kommt es zu Reibungsprozessen, Kollisionen zwischen kleinen Wassertröpfchen, die mit dem Aufwindschlauch in so einer Gewitterwolke nach oben getrieben werden, die kollidieren mit den herabfallenden Eiskristallen, mit den Graupelkörnern und schlagen aneinander und dabei entsteht eine Ladungstrennung, dass die Graupelkörner negativ geladen sind und fallen weiter nach unten und die Wassertröpfchen und Eiskristalle werden nach oben getrieben mit positiver Ladung und das ist einmal der Ausgangspunkt. Warum es letztendlich dann aber die Masse der positiven Ladung sich an der Obergrenze, also im oberen Bereich der Gewitterwolke ansammelt und die negativen und ist bis heute nicht wirklich geklärt. Es gibt eine Reihe von Hypothesen in der Literatur, aber keine erklärt wirklich alle Phänomene, die man so beobachten kann, weil es ist auch hier sehr schwer. Das kann man im Labor nirgends nachbilden, weil es gibt kein Labor, wo man ein ganzes Gewitter sozusagen aufbauen könnte, sondern es geht nur in der Natur und da ist alles immer sehr unvorhersagbar. Gewitter sind hochdynamische Vorgänge und jede Messung, die man macht, ist nur eine Momentaufnahme. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass die Wolke sich aufgeladen hat, ist es so, dass natürlich je mehr Ladung in der Wolke ist, umso größer wird die Feldstärke und irgendwann ist genug Feldstärke da, dass es zur Entladung kommt und der Blitz ist eben eine elektrostatische Entladung innerhalb der Gewitterwolke oder zur Erde. Die meisten Blitze finden ja zwischen der oder innerhalb der Gewitterwolke statt. Man sagt ja Wolke-Wolke-Blitze. Das ist ungefähr das Zehnfache von den Blitzen, die zur Erde gehen. Sozusagen die Blitze zur Erde sind eher die Ausreißer. Ist auch nicht ganz unverständlich, weil ja in der Wolke schon oben positiv, unten negativ ist. Es gibt eigentlich auch gar keinen Grund wirklich, dass es eine Entladung zur Erde gibt. Aber für den Sinne von Sicherheit, von Gefahr ist natürlich der Wolke-Erde-Blitz der entscheidende, weil das ist der Blitz, der am Boden einschlägt, der Menschen trifft, der Häuser trifft und damit dann zu den bekannten Schäden und Risiken führt. Bei jeder Blitzentladung gibt es drei wesentliche Phasen, wie der Blitz abläuft. Das Ganze beginnt einmal in der Gewitterwolke. Das heißt, es ist nicht entscheidend, was am Boden ist, ob da ein Haus steht mit Blitzschutzanlage oder nicht oder ob da ein Mensch steht, der da wandern geht oder sowas. Entscheidend ist, das beginnt in der Wolke mit dem sogenannten Leitblitz. Irgendwann, wenn genug Ladung in der Wolke ist, kommt dieser Leitblitz, der am Anfang in Ruckstufen sich fortbewegt. Deswegen heißt es im Englischen auch Step Leader. Der kommt aus der Wolke heraus und hat eine Vorzugsrichtung Richtung Erde. Also die Richtung ist bekannt, aber er versucht es auf verschiedenen Wegen. Deswegen gibt es auch verschiedene Äste und irgendeiner der Äste kommt dann in Bodennähe und die Geschwindigkeit dieses Leitblitzes ist ungefähr 1.000 Liter Lichtgeschwindigkeit, also 300 Kilometer pro Sekunde und die einzelnen Ruckstufen sind ungefähr im Bereich 50 bis 200 Meter. Der entscheidende Punkt, wo es einschlagen wird, ist, wenn dieser Leitblitz jetzt in Bodennähe ist schon, dann wird es demnächst am Boden in dieser Region einschlagen. Das ist schon gar nicht mehr zu verhindern und das wirklich, wo es letztendlich genau einschlägt, entscheidet sich jetzt durch die sogenannte Fangentladung. Nähert sich dieser Leitblitz dem Boden hier an, ist angenommen, dass dieser Leitblitz ziemlich in der Mitte zwischen dem Haus und dem Baum, das hier angedeutet ist, herunterkommt. Durch die Annäherung entsteigt die Bodenfeldstärke rapide an, weil dieser Leitblitz ist ein Schlauch mit mehreren Metern Durchmesser, mit viel elektrischer Ladung sozusagen deponiert. Das heißt, geringerer Abstand zum Boden mit Fangentladung heißt, je näher herankommt, umso höher wird die Feldstärke. Und irgendwann gehen dann von den exponierten Punkten am Boden, das kann sein der First vom Haus oder der Wipfel von dem Baum, Fangentladungen aus. Und die wachsen diesem Leitblitz entgegen. Und jetzt kommt es nur mehr darauf an zu sagen, wer macht das Rennen, welche dieser beiden Fangentladungen kontaktiert es erstes mit diesem Leitblitzkopf. Und das ist dann letztendlich der Einschlagspunkt, der am Boden stattfindet. Man kann das hier sich auch vorstellen. Würde dieser Leitblitz nur einige zehn Meter weiter links runter kommen, würde der Baum möglicherweise schon gar keine Rolle mehr spielen. Da ist sehr viel dem Zufall sozusagen überlassen, was letztendlich wirklich stattfindet und wo es letztendlich einschlagen wird. Jetzt hier ist angenommen, dass der Leitblitz vom Haus mit der Fangentladung kontaktiert. Und das ist jetzt, wo der eigentliche Blitz jetzt stattfindet, den wir dann als Blitz wahrnehmen. Es wird jetzt die gesamte Ladung, die in diesem Leitblitz deponiert ist, zum Bodenentladen. Es entsteht dabei dieser starke Stromimpuls von einigen Kiloampere bis einigen zehnhundert Kiloampere. Der Blitzkanal heizt sich auf 30.000 Grad Celsius so ungefähr auf, leuchtet hell auf, weil er als Plasma sozusagen gibt entsprechendes elektromagnetisches Feld ab. Und durch die Hitze entsteht auch ein Überdruck in diesem Blitzkanal, der sich dann als Donnerknall und als Donnerkrollen letztendlich dann ausbreitet und das wir dann hören. Und das ist sozusagen die dritte Phase, ist die sogenannte Hauptentladung, die wir dann letztendlich wirklich als Blitz wahrnehmen. Diesen Vorgang mit mehreren Folgeentladungen möchte ich Ihnen jetzt an diesem Video zeigen, weil es tritt häufig auf, dass mehrere Folgeblitze im selben Blitzkanal stattfinden. Wir sehen hier einmal den Leitblitz, der von oben herunter kommt, mehrere Äste. Jetzt ist das Video kurz angehalten. Der Leitblitz nähert sich in einem Mast. Da gibt es eine kurze Fangentladung, die ist schwer sichtbar, aber das sind einige Meter nur. Und jetzt kommt es zum ersten Verbinden und Einschlag in diesen Turm. Das war der Erstblitz, die erste Entladung. Und jetzt gibt es häufig, dass nach einer gewissen Pausenzeit der noch leitfähige Kanal wieder mit Ladung gefüllt wird durch einen sogenannten Dart Leader. Es kommt zum zweiten Teilblitz. Wieder eine Pausenzeit, der Kanal existiert ja noch immer, ist leitfähig, wird wieder mit Ladung gefüllt, dritter Teilblitz. Und so geht das vor, in diesem Fall bis vier Teilblitze. Das ist jetzt ein Blitz gewesen. Wir würden das als einzigen Blitz wahrnehmen, mit eventuell etwas Flackern, das wir dabei sehen. Weil diese Teilblitze, wo es dazwischen wirklich immer finster wird, dann wieder hell aufleuchtet, kann das menschliche Auge kaum auflösen oder gerade noch auflösen. Und wir nehmen das dann als Flackern des Blitzes statt. Weil Blitze dauern dann in Summe mit diesen Teilentladungen so eine halbe Sekunde bis maximal eine Sekunde. Es gibt jetzt verschiedene Blitztypen in der Natur, die sehr unterschiedlich in ihrem Anteil auftreten. Der Klassiker, wenn man so will, ist der negative Abwärtsblitz. Das heißt, der Leitblitz kommt hier aus der negativen Zone. Das ist die untere Zone in der Gewitterwolke. Aus der kommt der negative Leitblitz heraus, wächst in Richtung Erde vor, trifft dann irgendwo auf ein Objekt oder direkt am Boden mit einer Fangentladung. Und nach der Entladung ist negative Ladung aus der Wolke abgeführt zur Erde. Deswegen heißt er auch negativer Abwärtsblitz. Die Ladung, die in der Wolke fehlt und die Richtung des Leitblitzes bestimmen sozusagen den Namen. Dieser negative Abwärtsblitz, das sind ungefähr 80 bis 90 Prozent aller Blitze, variiert von Gewitter zu Gewitter etwas, aber es werden über viele Gewitter gesehen, ist das sozusagen der überwiegende Teil von Blitzen, negative Abwärtsblitze. Die restlichen Blitze sind positive Abwärtsblitze. Hier geht der Leitblitz aus der positiven Region zur Erde und dann negative Fangentladung. Der Unterschied zwischen negativen und positiven ist aber optisch nicht erkennbar. Also wenn Sie ein Foto oder ein Blitz beobachten, werden Sie nicht erkennen, ob das ein positiver oder negativer Blitz war. Elektrisch sind sie durchaus unterschiedlich. Also die stromstärksten Blitze sind in der Regel alle positiv. Die haben ein deutlich höheres Zerstörungspotenzial, weil auch der Stromfluss in der Regel am Faktor 10 länger dauert und alle wirklich massiven Blitzschäden, die wir so beobachten können, sind meistens positive Blitze mit so über 60, 80 Kilo Ampere. Es gibt dann einen Sonderfall der Aufwärtsblitze. Hier ist es so, dass nicht der Leitblitz in der Wolke beginnt, weil sozusagen in der Wolke die Feldstärke als erstes so groß wird, dass es hier zur Ausbildung des Leitblitzes kommt, sondern die Feldstärke an einer Mastspitze, zum Beispiel hier ein Sendemast auf einen Berg. Durch die Spitzenwirkung, die hier aus der Hochspannungstechnik ja bekannt ist, dass hohe Feldstärke auf der Mastspitze zur extremen Überhöhung dieser Feldstärke noch führt und der Leitblitz beginnt jetzt von da in Richtung Wolke hinauf zu wachsen. Das heißt, das Ganze ist wie am Kopf gestellt. Der Leitblitz geht vom Boden in Richtung Wolke, wächst mit seinen verschiedenen Essen in die Wolke hinein und entlädt dann Teile der Ladung, die in der Wolke trennen ist. Auch das gibt es wieder in beiden Polaritäten. Positiver Leitblitz aufwärts, negativer Leitblitz aufwärts. Aber die Nomenklatur ist so, dass letztendlich entscheidend ist für die Polarität des Blitzes. Die Ladung, die nach der Entladung sozusagen des Blitzes aus der Wolke abgeführt wurde und wenn hier ein positiver Leit draufkommt, fehlt am Ende negative Ladung in der Wolke. Deswegen wird das hier als negativer Aufwärtsblitz bezeichnet. Wie gesagt, das sind Sonderfälle, die treten auf bei sehr hohen Gebäuden am Flachland. Man geht davon aus, dass solche Aufwärtsblitze Gebäude von mindestens 100 Meter Höhe oder sowas brauchen. Wir sehen das vermehrt in letzter Zeit von Windrädern, die heute ja doch Höhen von 200 Meter erreicht haben und wenn die, sage ich, Wetterbedingungen passen, dass die Gewitterwolke relativ tief am Boden ist. Das heißt, das sind eher so in der Übergangszeit wie jetzt im Spätsommer oder im Frühling bei diesen oder Wintergewittern, dann sehen wir sehr viele Aufwärtsblitze von Windrädern, die hier ausgelöst werden und auch fallweise immer wieder zu Schäden führen. Betrachten wir jetzt die Blitzstromkomponenten. Also wenn wir jetzt einen einzelnen Blitz wirklich sozusagen mit einem Oszilloskop oder einem Messgerät aufzeichnen, dann sehen wir hier ein Beispiel, das vor vielen Jahren von Professor Berg am Monsan Salvatore aufgenommen wurde. Da gab es hier über Jahrzehnte Blitzstrommessungen am Luganer See auf dem Berg an zwei Messtürmen, die weit in die Vorschriften eingeflossen sind und heute noch teilweise Gültigkeit haben natürlich. Und hier sehen wir einen Blitz, der in Summe eine Sekunde fast gedauert hat. Hier sehen wir den Zeitskala, der elf Impulse hatte. Das beginnt mit einem Erstblitz mit minus 60 Kilo Ampere, dann mehrere vollgeblitze, wie wir es im Video zuerst gesehen haben. Also immer wieder Pause dazwischen, dann wieder ein Impuls und so weiter, unterschiedlichste Amplituden. Was wir hier zusätzlich sehen, ist der sogenannte Langzeitstrom, den es im Video nicht gab zuerst. Aber hier tritt folgendes auf, dass nach einem dieser Impulsströme der Stromfluss einfach aufrecht bleibt über längere Zeit, in dem Fall hier 250 Millisekunden. Das heißt, im Vergleich zu diesen kurzen Impulsen, die hier ja nur als Nadel sozusagen dann grafisch darstellbar sind, fließen hier zwar geringe Amplituden, es gilt hier diese Skala mit minus 2, minus 400 Ampere, also im Vergleich zu den Kilo Ampere bei den Impulsen. Aber es ist die Zeitdauer ein Vielfaches. Das heißt, hier reden wir eben über mehrere hundert Millisekunden. Und das heißt, die abtransportierte Ladung in diesem Stromkomponente kann hier mehrere hundert Kulom sein, im Vergleich zu zwei, drei Kulom bei den einzelnen Stromimpulsen, bei den Folgeblitzen. Und man geht davon aus, dass die Existenz dieses Langzeitstromes, die statistisch verteilt ist, jeder zweite Blitz hat statistisch einen Langzeitstrom ungefähr. Wir können nicht vorhersagen, warum das so ist oder wir haben kein Wissen darüber, warum manche Blitze Langzeitströme haben und andere nicht. Aber man geht davon aus, dass der Langzeitstrom die Komponente ist, die letztendlich zum Entzünden bei Blitzschlag führt. Es gibt ja Blitzschläge in Häuser, die zwar mechanisch großen Schaden anrichten, aber es kommt zu keiner Entzündung und umgekehrt Blitze, die sofort Feuer legen so ungefähr. Und da ist es der Langzeitstrom, ob der in einem Blitz enthalten ist, der das Entzünden verursacht. Wenn wir jetzt abschließend noch uns anschauen, wir wissen jetzt, welche Arten von Blitzen es gibt und die Stromkomponenten. Wie kann ein Blitz letztendlich auf den Menschen dann einwirken, wenn ein Mensch vom Blitz getroffen wird? Da gibt es auch verschiedene Mechanismen. Das ist einmal das erste natürlich der direkte Einschlag. Also das wäre wirklich, wenn eine Person im Freien sich aufhält bei Gewitter und der Blitz, einfach der Leitblitz, sozusagen direkt die Person am Kopf oder im Nacken trifft und der gesamte Blitzstrom über die Person zum Boden abgeleitet wird. Dann gibt es aber außer dem direkten Einschlag auch noch andere Mechanismen. Da wäre einmal hier die Berührungsspannung. Das heißt, der Blitz trifft in diesem Fall angedeutet eine Straßenlaterne aus Metall. Der Blitzstrom fließt über den Mast, über den Laternenmast zur Erde ab und eine Person, die an diesem Mast sich anhält, wird anlehnt etc. wird ein Teilblitzstrom über die Person abgeleitet auch dann und entsprechend kann entsprechend verletzt werden. Deswegen auch die Empfehlung immer, dass man bei Gewitter möglichst nichts angreift oder nicht nirgends anhält oder anlehnt, was elektrisch leitend ist. Der dritte Mechanismus ist der Überschlag. Das heißt, hier ist angenommen als typisches Beispiel ein Baum. Personen suchen manchmal Schutz unter einem großen Baum bei Gewitter, wenn sie draußen im Freien sich aufhalten. Personen bei Gewitter überrascht werden, dass sie sich vor dem Regen schützen, stellen sich unter einen großen Baum. Hier ist zu beachten, dass man nicht zu nahe am Stamm des Baumes sich aufhält. Ist man hier zu nahe, kann es dazu kommen, wenn dieser Baum gerade in diesem Augenblick vom Blitz getroffen wird auch, dass es hier zum Überschlag vom Baumstamm auf die Person kommt, weil einfach sehr salopp gesprochen der Blitz es leichter findet, dass er über die Person zur Erde abfließt, als die restlichen Meter über den relativ schlecht leitenden Holzstamm von dem Baum. Deswegen auch die Empfehlung in den ganzen Richtlinien bei Gewitter heißt immer, Abstand von circa drei Meter von einem Baumstamm halten. Und hier ist auch zu bedenken, dass dieser Abstand natürlich auch vom Kopf nach oben zu den Esken gilt. Es nützt nichts, wenn man drei Meter vom Stamm weg ist, aber der nächste erste und halbe Meter vom Kopf sich befindet. Und als letztes hier noch die Schrittspannung. Hier geht es darum, dass wenn der Blitz in irgendein Objekt einschlägt, sich der Blitzstrom ja im Erdreich radial in alle Richtungen verteilt und auf seinem sozusagen Fluss im Erdboden, der Erdboden ist ja nicht ideal leitfähig, der hat einen Widerstand, deswegen kommt es hier zu einem Spannungsabfall, den man hier, wenn die Person entsprechend steht, mit seinen Beinen abgreifen kann. Das heißt, je weiter auseinander die Beine sind, umso größer ist die Spannung, die man hier abgreift. Deswegen auch die Empfehlung wieder in den ganzen Regeln zum Verhalten bei Gewitter, dass man möglichst mit geschlossenen Beinen sich irgendwo aufhält bei Gewitter. Weil was passiert, wenn die Person hier die Spannung abgreift, wird ein Teilblitz statt im Erdreich über den linken Fuß rauf und über den rechten Fuß wieder zum Boden fließen und damit natürlich ist die Person gefährdet und kann verletzt werden. Damit bin ich am Ende mit meinem Teil über die Blitzkomponenten, über die Gewitterbildung und den zweiten Teil wird jetzt die Frau Eigner machen, die Ihnen näheres erklären wird, welche Effekte auftreten, wenn ein Blitz einen Menschen trifft. Kommen wir nun zu den Schäden, welche durch einen Blitzschlag im menschlichen Organismus verursacht werden können. Der Strom durch den Organismus ist durch den Lichtbogenüberschlag bestimmt. Die Schäden sind abhängig einerseits von der Stromstärke, der Durchströmungszeit, dem Durchströmungsweg und andererseits von der Abfolge der Blitzstromkomponenten in Bezug auf die Herzaktivität. Wie bereits ausführlich in der Lektion von Prof. Bodeser behandelt, ist das Herz besonders in der vulnerablen Phase verletzlich. Das heißt, kommt es zu einem Impuls in der aufsteigenden D-Welle, so kann Herzkammerflimmern ausgelöst werden. Im Falle eines Blitzunfalles muss man zwischen Akutschehen und Langzeitfolgen, welche auch Spätfolgen genannt werden, unterscheiden. Kommen wir nun zu den Akutschehen und zu den Langzeitfolgen. Neben der Auswirkung von elektrischen Größen spielen auch folgende nicht-elektrische Größen eine bedeutende Rolle. Dies sind einerseits die intensive Lichteinstrahlung, die Wärmestrahlung, aber auch mechanische Energien, welche durch entstehende Druckunterschiede verursacht werden. Im Falle eines Blitzes kommt es auch zu Verbrennungen, besonders an den Eintritts- und Austrittsstellen. Hier ist die oberste Hautschicht betroffen, die Verletzungen können aber auch tieferliegendes Gewebe betreffen. Im schlimmsten Fall kommt es zu Herzrhythmusstörungen und dem darauffolgenden Kreislaufstillstart mit Herzkammerflimmern. Die Schädigung des Nervensystems kann aus temporäre Wirkung beobachtet werden, aber ist auch den Langzeitfolgen zuzuordnen. Viele Betroffene berichten von Sensibilitätsstörungen, einem veränderten Wahrnehmungsverhalten, Lähmungserscheinungen, aber auch dem Abbau von Gedächtnisleistungen als Spätfolgen, wenn sie von einem Blitz getroffen wurden. Auf dieser Folie ist ein Beispiel dargestellt, wie sich die Ströme im Falle eines direkten Blitzschlages aufteilen. Wird der Mensch nun hier an der gekennzeichneten Stelle von einem Blitz getroffen, so teilt sich der Strom über den Körperinnenwiderstand, in diesem Fall 1000 Ohm, in einen reduziert weiterfließenden Blitzkörperstrom und in einen parallelen Blitzentladungsstrom entlang der Haut- und Kleidungsoberfläche auf. Dieser Strom wird auch als Gleitentladung bezeichnet und ist in der Grafik in grün dargestellt. Wie bereits zuvor erwähnt, kommt es beim Eintritt und bei den Austrittsstellen bei einem Blitzschlag zu Strommarken. Metallteile wie zum Beispiel Gürtelschnallen, aber auch Schmuck hinterlassen Spuren auf der Haut durch Verbrennungen. Im schlimmsten Fall kommt es zu Herzrhythmusstörungen und der darauf folgende Tod tritt ein. Was sind nun die Unterschiede zwischen einem Blitz und einem Stromunfall? Im Vergleich zum klassischen Stromunfall kann die verunfallte Person bei einem Blitzunfall sofort berührt werden. Es herrscht Spannungsfreiheit. Innere Verbrennungen sind prinzipiell weniger ausgeprägt wie beim klassischen Stromunfall in der Hochspannung. Wie bereits zuvor erklärt, können Metallteile Verbrennungen auf der Haut hinterlassen. Auch das Zerreißen von Bekleidung, wie hier auf der rechten Seite im oberen Bild dargestellt, ist eine direkte Folge eines direkten Einschlages von einem Blitz. Ein spezielles Merkmal bei einem Blitzunfall ist der Auftritt von lichtenbergschen Figuren zu nennen. Hier handelt es sich um eine verästelte Blitzfigur, welche in der unteren Aufnahme auf der rechten Seite ersichtlich ist. Diese Figuren verblassen nach wenigen Stunden. Ihr Auftritt ist bis heute noch nicht eindeutig geklärt. Welche Hinweise müssen Sie nun beim nächsten Gewitter beachten? Sobald Donner wahrgenommen wird, sollten Sie Schutzmöglichkeiten oder Schutzbereiche aufsuchen. Zum Beispiel Gebäude mit einer Blitzschutzanlage, aber auch Fahrzeuge mit einer geschlossenen metallischen Umhüllung, dem sogenannten fahrradischen Käfig, bieten eine gute Schutzmöglichkeit. Halten Sie einen Abstand von Wänden und leitfähigen Metallteilen. Dieser sollte mindestens drei Meter betragen, um das Überspringen des Blitzes zu verhindern. Im Gegensatz zum Elektrounfall herrscht beim Blitzunfall Spannungsfreiheit und Sie können sofort mit der Erstrettung beginnen. Sie sollten jedoch auf weitere mögliche Blitze achten. Dies waren ein paar Hinweise zum richtigen Verhalten bei Auftritt eines Gewitters. Bitte informieren Sie sich selbst, zum Beispiel auf der Homepage aldis.at. Dies war das Modul über Blitze und ihre Wirkungen auf den menschlichen Organismus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020